Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier in der Redaktion von der Coop-Zeitung in Basel. Wir sind im Schlussspurt allerletzte Woche vor Ostern. Und wenn Sie vor lauter Osterhase vielleicht finden, ah, lass es einfach nur noch vorbeigehen, lassen Sie sich nicht beherren, geniessen Sie es, vor allem, dass es lange Wochenende. Inspirierende Tipps für Ostern finden Sie in der aktuellen Coop-Zeitung, ausnahmsweise schon am Montag bei Ihnen im Briefkasten, weil es wegen dem Karfreitag ja eine kurze Woche gibt. Da in der Redaktion machen wir ein kleines Experiment. Unserem Osterhase geht es an den Kragen diese Woche. Ich würde sagen, ich stelle Ihnen da, mitten in der Redaktion auf, zum Abschluss fragen, Sie können tippen, posten Sie, wie lange Sie denken, dass es geht, bis letzten krümelchen Weg ist. Ich schätze bei der Redaktion, wo ich kenne, Montagabend. Das ganze Filmen mit einer Kamera, das Ergebnis sehen Sie nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit und jetzt schon schöne Osterhase. Vielen Dank. Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.